Musik Der Ortsteil Siedlung der Gemeinde Schönwalde Glien ist immer noch recht waldreich, auch wenn nach der Wende durch zahlreiche Neubauten viele Bäume weichen muss. Musik Dieser Segen kann sich aber in eine Bedrohung verwandeln, wenn heftige Sturmböden durch die Bäume hindurch fegen. Musik Die meisten Bäume sind bei uns Kiefern. Obwohl es Tiefwurzler sind, ist die Standfestigkeit offenbar wegen Überalterung oder mehrerer trockener Jahre nicht besonders gut und das Wurzelgeflecht oft eher bescheiden, wie man hier sieht. Musik An dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich bei der Feuerwehr bedanken, die über viele Stunden fast pausenlos im Einsatz war. Musik Direkt vor und neben unserem Haus gibt es kleine Walddecken. Von dort aus fiel ein Baum über die Straße. Die Feuerwehr war aber schnell vor Ort und kümmerte sich darum. Musik Die Feuerwehr war aber schnell vor Ort und kümmerte sich darum, dass die Feuerwehr war aber schnell vor Ort und kümmerte sich darum, dass die Feuerwehr war aber schnell vor Ort und kümmerte sich darum, dass die Feuerwehr war aber schnell vor Ort und kümmerte sich. Die Feuerwehr war aber schnell vor Ort und kümmerte sich. Die Feuerwehr war aber schnell vor Ort und kümmerte sich. Die Feuerwehr war aber schnell vor Ort und kümmerte sich. Die Feuerwehr war aber schnell vor Ort und kümmerte sich. Die Feuerwehr war aber schnell vor Ort und kümmerte sich. Die Feuerwehr war aber schnell vor Ort und kümmerte sich. Die Feuerwehr war aber schnell vor Ort und kümmerte sich. Musik 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 Am nächsten Tag haben wir unsere nähere Umgebung angeschaut, wo der Sturm gewütet hat. Musik Nachdem das Sturmtief Zeynep für eine unruhige Nacht gesorgt hatte, haben wir am Samstag und Sonntag weitere Spaziergänge unternommen. Musik 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 Musik